Wolfgang Petry, mit vollem Namen Wolfgang Wolfgang Albert-Kurt Petry, ist ein berühmter deutscher Sänger und Songwriter, geboren am 22. September 1951 in Köln, Deutschland. Mit seiner mehr als vier Jahrzehnte dauernden Karriere ist er für seine Pop- und Schlagermusik bekannt und hat maßgeblich zur Welle der deutschsprachigen Musik beigetragen. Wolfgang Petry begann seine musikalische Laufbahn in den 1970er-Jahren und machte mit seiner kraftvollen Stimme und seinem energiegeladenen Auftrittsstil schnell auf sich aufmerksam. Hits wie Wahnsinn und Bronze, Silber und Gold führten seinen Namen zu neuen Höhen und schufen ein besonderes Niveau in der Welt der deutschen Musik. Doch neben seiner musikalischen Begabung war auch das Privatleben von Wolfgang Petry mit großen Herausforderungen verbunden. Besonders hervorzuheben ist die diabetische Endokrinologie, eine beängstigende Krankheit, die die Qualität seines täglichen Lebens beeinträchtigt. Diese Berufskrankheit stellt nicht nur gesundheitliche Herausforderungen dar, sondern erfordert auch Ausdauer und Entschlossenheit, sie zu überwinden. Diese schwere Krankheit hat das Privatleben von Wolfgang Petry zu einer schwierigen Reise gemacht. Er ist jedoch nicht nur ein hervorragender Künstler, sondern auch ein Symbol für Kampf und beharrliche Beharrlichkeit. Seine Geduld und Entschlossenheit überwarnten nicht nur die Widrigkeiten seiner Musikkarriere, sondern waren auch eine große Ermutigung für diejenigen, die mit ähnlichen medizinischen Problemen konfrontiert waren. Mit einer Reihe beliebter Alben und Singles hat Wolfgang Petry seinen nachhaltigen Einfluss auf die deutsche Musikszene unter Beweis gestellt. Er ist nicht nur ein prominenter Star, sondern auch eine Person, die aktiv zur Entwicklung der Musikkultur dieses Landes beigetragen hat. Im Laufe der Zeit hat Wolfgang Petry ein Team treuer Fans aufgebaut und viele internationale und nationale Musikpreise erhalten. Gleichzeitig behielt er eine optimistische und positive Lebensstimmung bei, obwohl er mit großen Herausforderungen durch seinen schweren Diabetes konfrontiert war. In einem Interview erzählte Wolfgang Petry beispielsweise, wie er seine Krankheit als Herausforderung und nicht als Hindernis betrachtete. Er nutzte sogar persönliche Erfahrungen, um Musik zu schaffen, die tiefgründig und fesselnd ist und den Zuhörern hilft, ihre Stärke und emotionale Bedeutung zu spüren. Neben seiner Musikkarriere engagiert sich Wolfgang Petry auch in zahlreichen Wohltätigkeitsaktivitäten und sozialen Programmen. Er ermutigt Fans und die Community stets, sich an ehrenamtlichen Aktivitäten zu beteiligen, um Liebe zu teilen und Menschen in Schwierigkeiten zu helfen. Insgesamt ist Wolfgang Petry nicht nur ein berühmter Künstler, sondern auch ein Symbol für Stärke, Geduld und Freundlichkeit. Trotz schwerer Berufskrankheit meisterte er weiterhin alle Herausforderungen mit Leidenschaft und Liebe zur Musik und hinterließ tiefe Spuren in den Herzen der Fans und der internationalen Musikindustrie. Die in der deutschen Musikwelt bekannten Paare Wolfgang Petry und Heino erregten erneut öffentliche Aufmerksamkeit, indem sie zurückkehrten und gemeinsam einen Song schrieben, was eine unerwartete Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Popmusiklegenden markierte. Dies schockierte und faszinierte die Fans, da sie sich alle für längere Zeit zurückzogen. Wolfgang Petry, bekannt als exzellenter Musiker und Sänger, entschloss sich nach langer Zeit des Versteckens, zur Musik zurückzukehren. Er, der maßgeblich zur Entwicklung des Schlagergenres, einer Form traditioneller deutscher Musik, beitrug, zog sich zurück, um Ruhe und Erholung zu suchen. Allerdings gerät seine Leidenschaft für die Musik nicht so schnell in Vergessenheit, und so beschloss Petry, mit einem neuen Album zurückzukommen, mit dem Versprechen, den Fans neue Musikerlebnisse aus eigener Hand zu bieten. Andererseits zögerte auch Petrys Teamkollege Heino nicht, seine Rückkehr anzukündigen. Heino, ein anderer Name, der mit dem Schlagergenre in Verbindung gebracht wird, hat in seiner Karriere Durchbrüche erzielt, insbesondere als er sich anderen Musikrichtungen wie Rock und Metal zuwandte. Dies führte dazu, dass die Fans seine neue Richtung bewunderten und Fragen dazu aufwarfen. Die Zusammenarbeit zwischen Wolfgang Petry und Heino ist nicht nur die Rückkehr zweier berühmter Stars, sondern auch ein besonderes Ereignis, denn sie beschlossen, ihre kompositorischen Stärken in einem gemeinsamen Song zu bündeln. Dies schockierte und faszinierte die Fans, da dies das erste Mal war. In der glanzvollen Welt des Films und des Fernsehens gibt es Geschichten, die sowohl faszinieren als auch berühren. Das Leben der renommierten deutschen Schauspielerin Iris Berben ist eine solche Geschichte. In diesem Video tauchen wir ein in das tragische Leben dieser bemerkenswerten Künstlerin, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im wirklichen Leben viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Iris Berben wurde am 12. August 1950 in Detmold in Deutschland geboren. Schon in ihrer Kindheit zeichnete es sich ab, dass sie etwas Besonderes war. Ihre Eltern erkannten früh ihr kreatives Potenzial und ermutigten sie, ihre Leidenschaft für die Schauspielerei zu verfolgen. Sie unterstützten sie in ihrem Streben nach einer künstlerischen Karriere und schufen so die Grundlage für ihre spätere Entwicklung als Schauspielerin. Ihre Reise zur Schauspielerei begann an der renommierten Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Dort erhielt sie eine fundierte Ausbildung, die ihr half, ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu verfeinern. Während dieser Zeit wurde deutlich, dass Iris Berben ein außergewöhnliches Talent besaß, das weit über das Durchschnittliche hinausging. Ihre Ausbildung bot ihr nicht nur die Möglichkeit, ihr schauspielerisches Repertoire zu erweitern, sondern öffnete auch Türen zu einer aufregenden Karriere in der Welt, des Theaters, des Films und des Fernsehens. Dies markierte den Anfang einer beeindruckenden Laufbahn, die sie zu einer der bekanntesten und respektiertesten Schauspielerinnen in Deutschland werden ließ. Iris Berben erlebte in den 70er Jahren ihren großen Durchbruch im deutschen Filmgeschäft. Mit ihrem unverwechselbaren Talent und ihrer Präsenz vor der Kamera eroberte sie schnell die Herzen des Publikums. Ein herausragendes Werk, das ihren Aufstieg maßgeblich beeinflusste, war der Film Zwei himmlische Töchter. In dieser Rolle konnte sie ihr schauspielerisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellen und sich als eine der führenden Schauspielerinnen etablieren. Berben bewies ihre Vielseitigkeit im Film, indem sie in verschiedenen Genres erfolgreich agierte. Sie trat nicht nur in Dramen auf, sondern auch in Komödien und Thrillern. Ihre Fähigkeit, sich in unterschiedliche Rollen zu versetzen, machte sie zu einer gefragten Darstellerin und trug dazu bei, dass sie in der Filmbranche große Anerkennung erntete. Neben ihrer erfolgreichen Filmkarriere war Iris Berben auch im deutschen Fernsehen äußerst präsent. Sie wirkte in einer Vielzahl von Fernsehserien, Shows und Produktionen mit, die das Publikum begeisterten. Besonders erwähnenswert ist ihre Rolle als rosa-rot in der gleichnamigen Krimi-Reihe, die ihr zahlreiche Fans einbrachte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020